Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal an, wie die Lucky Block Lotterie eigentlich funktioniert. Viel Spaß beim Zuschauen. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo von euch. Lasst gerne auch ein Like da. Vielen Dank. Die Lucky Block Lotterie startet laut LuckyBlock.com am 25. März 2022. Wie funktioniert aber die Lucky Block Lotterie? Bei der Lucky Block Lotterie gibt es einen sogenannten Jackpot. Der Jackpot wird durch Ticketverkäufe, also Lotterielosverkäufe und Transaktionsgebühren, die für bestimmte Arten von Transaktionen erhoben werden, gefüllt. Ein Lotterielos in der Lotterie kostet 5 Dollar. Bezahlt wird mit LBlock Token. Das Lotterielos kann lediglich über die Lucky Block App oder über die Website gekauft werden. Die Lucky Block App soll am 21. März starten. Zu der App gibt es auch ein paar offizielle Vorschauen, die ich euch hier in dem Video gerade mal zeige. Da gibt es Seiten in der App, wo man den Jackpot sehen kann, wo man die Lose kaufen kann und so weiter. Am Anfang wird es eine tägliche Ziehung geben und dies soll auf bis zu zwei Ziehungen pro Tag ausgebaut werden. Wie viele Gewinner es geben wird, ist noch nicht so ganz klar. Das geht im Whitepaper nicht so ganz deutlich hervor. Da wird von der Mehrzahl Gewinner gesprochen. Allerdings liest man auch auf der Website von LuckyBlock.com oftmals auch nur von dem Gewinner, also der Einzahl. Auf jeden Fall erfolgt die Ziehung des oder der Gewinnerlose durch einen Zufallsgenerator und der Gewinn wird direkt an den Gewinner oder an die Gewinner ausgezahlt. Natürlich in LuckyBlock Token. Dabei wird der Jackpot wie folgt aufgeteilt. Der oder die Gewinner erhalten 70% des Jackpots, 10% gehen an die Tokeninhaber, 10% gehen an die LuckyBlock Plattform und 10% gehen an wohltätige Zwecke, also an wohltätige Organisationen. Welche Organisationen das genau sind, soll laut Beschreibung auf der Website durch die Community, also durch die Tokeninhaber regelmäßig bestimmt werden. Laut Informationen von LuckyBlock ist es auch nicht erforderlich, dass sich LuckyBlock sich bei Glücksspielbehörden registrieren muss, da die Lotterielose nicht gegen Echtgeld angeboten werden und nur über LuckyBlock Token erworben werden können. Mal sehen, wie es mit dem Coin weitergeht. Auch die Lotterie ist sehr spannend und ein sehr interessantes Projekt. Wenn man bedenkt, dass laut Statista die weltweiten Bruttospielerträge im Online-Glücksspielmarkt bei rund 40 Milliarden Euro liegen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mehr Informationen liefern, wie die LuckyBlock Lotterie funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Lasst gerne auch ein Abo bei meinen Kollegen AlphaCrypto und CryptoGhost da. Die freuen sich sicherlich, genauso wie ich mich natürlich freue über euer Abo. Damit verpasst ihr auch keins meiner Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.